Heute kriegt das Hasenkind mal Doppelstreichel. Das ist das, was das Hasenkind mag. Ja, weil mir fehlt eine Hand. Guck mal, da kommt der Mäusi, der ist ganz eifersüchtig. Mäusi! Oh, keiner streichelt dich, wir streicheln nur noch den Linus. Und Pippi, der ist das alles egal. Pippi, sollen wir dich ausstreicheln? Oder ist dir das alles egal? Da ist der Hasenkind. Da ist das Hasenkind. Hm, Pippi? Hauptsache das Hasenkind wird gestreckelt, da sitzt er schon wieder an seiner Gießkanne. Fein Hasen. Ja. 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 Ja.